Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Akinator. Heute suche ich mich mal im Akinator, weil mich gab es auf jeden Fall schon mal, also MiningTube. Was, 337 Millionen haben bereits Akinator gespielt. Wow. Und 2100 allein heute. Och du Scheiße, dass es das Spiel überhaupt noch gibt. Und es hat ein neues Design bekommen, habe ich schon gemerkt hier, seitdem ich das letzte Mal gespielt habe. In der Tat. Wohnt eine Figur in Deutschland? Okay, das ist auf jeden Fall schon mal ein Jahr. Jetzt könnt ihr auch so ein bisschen mehr über mich rausfinden, weil, na gut, der Akinator weiß auch nicht mehr, als ihr bereits über mich wisst, normalerweise. Wer ist heute vorne dabei? Adolf Hitler, Führer des Dritten Reichs. Nein, 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 nein. Okay, ich frage gar nicht erst nach. Ist deine Figur weiblich? Ich glaube nicht. Nee, nicht, dass ich wüsste. Kann es sein, dass du dumm bist? Wurde deine Figur durch YouTube berühmt? Mein YouTube wurde... Ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster hängen, aber ja, ich denke schon. Macht deine Figur Minecraft-Videos? Ja, ich sage jetzt mal ja, weil der wohl nicht ganz aktuell ist hier. Also, ich habe ja Minecraft-Videos, also ich habe es gemacht. Gehört ihre Figur zum Freedom Squad? Was ist eigentlich der Freedom Squad? Also, wer gehört da alles dazu? Ich habe das jetzt unter diesem Video, wo ich gefragt habe, welche YouTuber ihr geguckt, da hat der gute... Hat irgendeiner geantwortet, dass einer einen Haufen, also eine, die Leonie, glaube ich, hat einen Haufen YouTuber aufgezählt. Und dann hat einer drunter geschrieben, der ganze Freedom Squad. Habe ich mir so gefragt, was ist denn der Freedom Squad? Also, habe ich noch nie gehört, aber es sind wohl so ein Haufen YouTuber, die alle irgendwie so zusammen gehören oder keine Ahnung. Ich kaufe auf jeden Fall nichts dazu zum Freedom Squad. Spielt deine Figur bei Minecraft-Videos 4 mit? War das nicht schon? Oder wurde das abgesagt? Also, ich glaube, so aktuell ist es hier nicht. Spielt deine Figur in Minecraft-Dragon mit? Nope. Hat deine Figur über eine Million Abonnenten? Nein. Benutzt deine Figur Facecam? Man muss ja auch aufpassen, wenn hier Fragen kommen, die, wo ich so noch gar nicht beantwortet habe. Da muss ich hier wahrscheinlich oder so sagen. Irgendwie, also wenn ich, wenn der fragt, welche Haarfarbe ich habe oder wie ich aussehe, dann muss man hier wahrscheinlich machen. Wie ich aussehe, das kann man ja nicht mit Ja oder Nein beantworten, ne? Egal. Benutzt deine Figur Facecam? Nein. Und es lag dir, glaube ich, auch ein bisschen. Komisch. Ist deine Figur bei Troll Wars dabei? Nö. Ist deine Figur blau angezogen? Äh. Also das Skin oder wie? Ich weiß nicht. Ist deine Figur größer als 1,50? Ich weiß nicht. Ihr wisst ja nicht, wie groß ich bin. Besteht deine Figur aus Stein? Nein. Reimt sich. Lägt deine Figur nur selten Videos hoch? Nein. Hat deine Figur viele Tiere bei sich zu Hause? Ich weiß nicht. Trägt deine Figur einen schwarzen Mantel? Einen schwarzen Mantel? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, oder? Ich weiß es nicht. Hat deine Figur eine Brille? Habe ich jemals gesagt, dass ich eine Brille habe? Ich kann es aber jetzt sagen. Ich trage tatsächlich eine Brille. Ich weiß nicht. War deine Figur beliebt? Ja. Wie man halt beliebt quasi... Wie man halt das Wort beliebt definiert, ne? Das ist jetzt die Frage. Beliebt, beliebt, beliebt. Ja. Trägt die Figur grüne Kleidung? Ich weiß nicht. Also wenn du jetzt den Skin meinst, dann... Hm. Weißt du selber gar nicht. Ich hatte ein weißes T-Shirt, ne? Und eine blaue Hose oder sowas. Peinlich. Ist deine Figur von Schuhen besessen? Äh... Nein. Gut, da hätte ich vielleicht jetzt... Ich weiß nicht machen müssen. Gehört deine Figur einem YouTuber? Ja. Hat deine Figur ein Auto? Ja. Tragen du und deine Figur denselben Vornamen? Ähm... Du und deine Figur? Also ich... Also derjenige, der gerade das Quiz spielt und die Figur, die ich... Hm. Komische Frage. Woher will der wissen, was ich für einen Vornamen mag? Äh... Okay. Ich weiß nicht. Trägt deine Figur gelegentlich Kleider? Also Kleider kann man ja auch so definieren wie... Äh... Also nicht nur so Kleider für Mädchen, sondern einfach auch T-Shirt und sowas. Das ist ja auch im weitesten Sinne ein Kleid. Also, ne? So Klamotten, Kleider, so kann man... Da kann man irgendwie auch Kleider sagen. Genau. Ähm... Hm... Nein. Bruh! Was erlaber ich, du? The Beats. Really? Ist das dein Scheißernst? Spielt deine Figur Roblox? 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 Ne. Ich glaube nicht. Hat deine Figur einen Führerschein? Hm... Hm... Also... Hm... Habe ich jemals gesagt, dass ich einen Führerschein habe? Also ich habe ein Auto, aber habe ich einen Führerschein? Definitiv nein. Das ist die Frage, ne? Ich weiß nicht. Hat deine Figur eine tiefe Stimme? Ist aber auch echt schwierig für einen Akinator hier irgendwas rauszufinden, wenn ich die ganze Zeit ich weiß nicht mache. Es sollte halt mal die richtigen Fragen stellen, ne? Was würdet ihr sagen? Habe ich eine tiefe Stimme? Ich würde jetzt mal Ja sagen. Trägt deine Figur gerne pink? Trägt deine Figur meist eine Brille? Ich weiß nicht. Spielt deine Figur gerne Minecraft Bad Wars? Nein. Trägt deine Figur eine Brille? Ja. JoCraft. Aha. Hat deine Figur einen Minecraft-Kanal? Ja. Ist deine Figur älter als 26? Nein. Hat deine Figur etwas mit Anime zu tun? Nein. Wohnt deine Figur in Hamburg? In Hamburg wohnen wir nicht. Ist deine Figur älter als 18 Jahre? Ja. Hat deine Figur schon mal einen Astronauten gespielt? Ich glaube nicht. Ist ja ein bisschen eine komische Frage, oder? Spielt deine Figur arg? Nein. Mach deine Figur Videos auf Englisch. Ich habe mal ein, zwei Videos auf Raid Mike. Also die ersten zwei, glaube ich, waren es. Oder die ersten? Zweite und das dritte. Irgend so was. Die habe ich auf Englisch gemacht. Und dann nie wieder. Also, ich entscheide mich jetzt einfach mal für Nein. Bietet deine Figur Shellshock live? Nö. Ist deine Figur ein erwachsener Mann? Erwachsener Mann? Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein... Oder... Naja. Hm. Schwierig. Ist man mit 20 ein erwachsener Mann? Weiß ich nicht. Eigentlich erwachsen ist man, aber... Ja, ja, ja. Klar. Spielt deine Figur Minecraft? Ja. Kann deine Figur kämpfen? Nein. Ist deine Figur älter als 36? Nein. Hat deine Figur eine Zahl im Namen? Nein. Gehört deine Figur zu einer Gruppe? Ja, vielleicht ja zum Forever Alone Squad. Reißt du die Figur viel... Ja. Ihr wisst einfach zu wenig über mich. Das kann er einfach nicht rausfinden. Besitzt oder besanzt deine Figur einen Minecraft-Server? Ja. Macht deine Figur Facecam? Nein. Trägt deine Figur eine Brille? Ich weiß nicht. Hat deine Figur Augenbrauen? Also, ich weiß nicht, ob ich das gerade falsch mache. Meint er jetzt gerade meinen Skin in Minecraft? Oder... Mein... War das ich? Also das, was hinter dem... Hinter... Hinter meinem Minecraft-Skin quasi steckt. Ich denke mal, er meint schon das, was hinter dem Namen steckt. Also denjenigen... Also hat er eine Figur Augenbrauen? What the fuck? Ich müsste es eigentlich... Ich weiß nicht machen, weil ich noch nie gesagt habe, dass ich Augenbrauen habe. Somit kann er ja nicht wissen, dass ich keine habe. Ne? Genau. Hat deine Figur ein Herz für Indie-Games? Ist deine Figur jünger als 25? Ja. Hat deine Figur mehrere Haarfarben? Ich weiß nicht. Ist deine Figur ein Jugendlicher? Nicht mehr. Hat deine Figur Kämpfe? Hä? Hat deine Figur Kämpfe? What? Was ist das denn? Ach man. Akinato, ey. Ne. Das... Es reicht wieder. Es reicht wieder für heute. Ach. Der dumme Akinato hat mich hier nicht gefunden. Jugendschutzmodus gibt es hier auch. Wow. Crazy. Schon beeindruckend, dass die Seite immer noch bearbeitet wird. Und dass hier immer noch so viel Hustle ist. So viele Leute hier unterwegs sind. Naja. Liebe Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es der Fall war, dann drückt gerne Mag. Ich kommentiere auch gerne das Video und vergesse nicht, das Video zu verbreiten. In allen sozialen Medien würde mich super freuen. Da muss es nämlich ich nicht mehr machen. Weil ich es ja sowieso nicht mache. Deswegen bedeutet es mir umso mehr, wenn ihr das macht. Und ja. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und macht's gut. Ciao.